hallo und herzlich willkommen zu jeder mein name ist rob und ich spiele heute runde zerg gegen terraner natürlich bin ich nicht darauf aber ich werde heute mal seinen seinen platz einnehmen und eine runde zack zocken weil ihm ein video fehlt ich werde ein ubi bauen ich hab zack schon ewig nie mehr gespielt deswegen mal sehen gar nichts so wir haben so ein bisschen spät dran aber sie ich habe gehört man kann eine dritte echse nehmen bevor man sein speed upgrade macht gegen terran mache ich aber nicht weil wir nehmen ganz normal jetzt das gas wenn dann dann unser in der pool fertig ist dann müsste das doch fertig sein so jetzt zu spät so wir sammeln bis 100 gas dann nehmen wir speed upgrade dann sehen wir mal weiter so natürlich haben wir zu wenig gas speed upgrade aber egal jetzt nehmen wir es genau so wir sammeln jetzt mal kein weiter gas schicken unsere drohnen runter und bohren natürlich ein paar länger weil wir können direkt rüber kommen da kommt er nämlich schon so ich bin jetzt aber auch gleich durch so ich bin jetzt aber auch gleich durch so ich bin jetzt auch gleich durch die dritte nehmen können ich bin jetzt auch gleich durch die dritte nehmen können wir brauchen mehr overlord also ich weiß gar nicht was ich mal gerankt waren mit zeig deswegen kann das jetzt hier alles alles sein ich habe schon noch keine echse genommen das ist nicht gut deswegen nehmen wir weiter gas wollen roach spawnen wir brauchen mehr overlords nicht genügend erwärten das müssen wir auf griecher platzieren So, warte mal, wer können die Queens ja eigentlich hier... So, ein paar Overloads bauen. Die Queen setzen. Okay, jetzt kommt noch ein Hainain. So, Upgrades. Oh, ein Biddle-Hainains. Das wissen wir auch nicht. Uhuhuhu, Wodges. Verdammt, viele Wodges. Weißer, 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 weißer. So, Ufferser, wir haben hier ein Spielball. So, das haben wir noch gut verteidigt. So, dann machen wir viel zu viel Sonden an dem Ding. So, und WX natürlich. Doppelt, weil wir haben eh das immer wieder rein. Ja, ungültiger Befehl. Recht genügend Energie. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Shit. Ach, ich hasse die Rana. So, wir haben einen Ravager. So. 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 Ach, ich hasse die Dinger. Ach, zerk, zerk, zerk. Ich hab mir mal etwas gebaut. Ich hab mir mal etwas gebaut. Ich hab mir mal etwas gebaut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Mineralien. So, es reicht so. Wir brauchen mehr Mineralien. Ungültiger Befehl. Glocke. Panzer. Ich bin der Wahlenfeld hier. So, ich habe keine Ahnung, wenn wir jetzt am besten nicht vorgehen. So, wir brauchen vielleicht aber auch noch eine Baneling List, vielleicht. Ne, das brauchen wir noch. Eine Baneling List, hier. Die Mineralienfeld, erschöpft. Die Mineralienfeld, erschöpft. Ungültiger Befehl, ungültiger Befehl. Nicht genügend Energie. Wir brauchen... Metamorphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Mutation abgeschlossen. Mutation abgeschlossen. Mutation abgeschlossen. Mutation abgeschlossen. Soh. Oh Gott. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Unsere Streitkräfte werden angekündigt. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Was ist das? Keine 3-3er Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineral. Der Schwammklasse wird angegriffen. Ungültiger Befehl, Mutter. So viel Gas, ey. Das ist eigentlich nur Pulf, da. Auf Wiedersehen! Der Schwammklasse wird angegriffen. Jetzt sind wir momentan. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angebrauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte werden mit der Morphose abgeschlossen. Mit der Morphose abgeschlossen. Der Spawn-Cluster wird unsere Streitkräfte bilden. Nicht irgendwo noch ganz viele Truppen? Nein. Unsere Streitkräfte brauchen mehr Mineralien. Mineralienfeld. Oh, Tengis. Guck mal ne Maus! Mutation. Abgeschlossen Mineralienfeld. Erschöpft. Das dauert ja ewig, bis die wieder können. Mutation. Die Schwerpunkt. Mutation. Das dauert ja noch gar nicht. Sie haben noch nicht mehr Gefordern. Die Schwerpunkt. Das dauert ja noch nicht. Das dauert ja noch nicht. Das dauert ja noch gar nicht. Das dauert ja noch nicht. Was machen die denn? Ja, ich komm nicht klar. Ja, das ist zu viel für mich. Ich komm mit Zerg noch nicht klar. 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 Ach, shit. Ich komm mit Zerg noch nicht klar. 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 Ich komm mit Zerg noch nicht klar.